Herzlich willkommen wieder zurück zu einem neuen Video von mir. Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus meiner Reihe Photoshop für Anfänger. In den letzten Videos habe ich ja schon einiges erklärt zum Thema Ebenen, Ebenenmodus, Einstellungsebenen und so weiter. Und heute möchte ich auf etwas mehr Banales zurück und zwar auf die Buttons bzw. auf die Tools, die Photoshop ja anbietet. Da haben wir hier auf der linken Seite haben wir diese Toolbar und da werden ganz viele Tools gezeigt. Und ich möchte euch heute da mal einige davon vorstellen, so die wichtigsten, die ich nutze. Für die anderen müsst ihr dann selber mal gucken, wie ihr das macht bzw. müsst ihr selber mal schauen. Und ich nutze auch nicht alle. Ich möchte da vorne einfach mal mit anfangen. Hier oben das erste Tool, das ist quasi das Verschieben-Werkzeug. Das ist das Wichtigste. Damit kann man, wenn man mehrere Ebenen hat, jetzt mit STRG-J dupliziere ich die Ebene, kann ich diese Ebene verschieben. Das nächste hier drunter ist das Auswahl-Werkzeug. Mit dem Auswahl-Werkzeug kann ich einen bestimmten Bereich auswählen und kann hier oben zum Beispiel einstellen, ob ich, wenn ich neu ansetze, ob der immer wieder eine neue Auswahl zieht oder ob er die Auswahl zum Beispiel erweitert. Damit könnte ich auch hier eckige Sachen machen oder ob eine Auswahl abgezogen wird bzw. eine Schnittmenge daraus gezogen wird. So, ja, genau. Dann gibt es da natürlich auch noch ein Ellipse-Werkzeug. Das macht das Ganze rund. So, jetzt würde man sagen, ja, Ellipse ist schön, aber ich brauche ja vielleicht einen Kreis. Hier oben kann man immer auch, in dem Fall, auch eine weiche Kante angeben. Die setze ich mal auf 0 zurück, damit keine weiche Kante ist. So, wenn ich jetzt aber einen Kreis haben will, muss ich nur die Shift-Taste gedrückt halten. In dem Moment, wo ich Shift drücke, wird eine, genau ein Kreis gemacht. Und wenn ich dann noch die Leertaste drücke, kann ich diese Auswahl auch verschieben. So, dann gehe ich nochmal zurück. Mit STRG D kann man die Auswahl übrigens wieder aufheben. Boah, das sind so viele Sachen jetzt. Geht bei dem rechteckigen Auswahlwerkzeug natürlich auch. Ich kann die Auswahl ziehen und mit der Leertaste einfach verschieben. Das geht aber nur, solange ich die gehalten habe. Wenn ich nachträglich das machen will, geht das nicht mehr. Also ich muss hier quasi ziehen, Leertaste drücken und dann kann ich hier verschieben und loslassen. Und der Bereich ist es ausgewählt. Wenn ich jetzt diesen Bereich kopieren möchte, zum Beispiel, muss ich nur STRG J drücken. Dann kopiert er mir auch wirklich nur, wie man hier sieht, nur diesen Bereich, den ich gerade ausgewählt habe. Ich lösche das jetzt einfach mal. Ja, genau. Das nächste ist hier auch noch ein Auswahlwerkzeug. Und zwar das Lasso. Mit dem Lasso kann ich selbstständig malen. Und je nachdem, wie ich male, so wird auch meine Auswahl gemacht. STRG D hebt die Auswahl wieder auf. Das Polygon-Lasso ist ähnlich. Damit kann ich einzelne Punkte entlangziehen. Und jedes Mal, wenn ich einen Klick mache, wird quasi eine Ecke gesetzt. Sobald ich hinten wieder ankomme, erscheint ein anderes kleines Symbol an dem Werkzeug. Also ich zeige das kurz. Achtung, jetzt gleich kommt ein Kreis dazu. Das heißt, dass der Kreis, oder dass diese Auswahl wieder geschlossen wird. Auch immer bedenken, hier oben gibt es dann eine weiche Kante. Magnetisches Lasso, das ist, wenn ich hier irgendwo entlang ziehe, dann erkennt Photoshop automatisch, ob da eine Kontur besteht. Also ich fahre hier entlang. Man sieht, Photoshop erkennt automatisch, dass da eine Kante ist. Das ist manchmal ganz praktisch. Ich benutze das nicht, aber ist vielleicht eine ganz interessante Sache. Dann, was ich persönlich ganz häufig nutze, ist hier das Schnellauswahlwerkzeug. Damit kann man mit der Alt-Taste die Größe ändern und kann hier einfach entlang fahren. Und Photoshop erkennt automatisch, wo Kontraste sind. Ähnlich ein bisschen wie das Magnetlasso, nur ein bisschen komfortabler. Hier in dem Fall ist das ein bisschen schwierig, weil die Kontraste nicht so eindeutig sind. Aber wenn ich jetzt nur die, wenn ich zum Beispiel nur die Peperoni auswählen möchte, dann mache ich den Pinsel etwas kleiner dann, fahre hier entlang und Photoshop erkennt, wo ungefähr diese Peperoni ist. Wenn ich sage, okay, aber den Schatten wollte ich nicht mit dabei haben, dann kann ich mit der Alt-Taste auf ein Minus gehen. Also dann kommt ein Minus raus und dann ziehe ich entsprechend wieder die Auswahl ab. Das ist super. Zum Thema Auswahlen und Verbessern von Auswahlen und Freistellen vor allem, also dass man gewisse Dinge freistellt von dem Hintergrund, komme ich auf einem separaten Video mal dazu. Das wäre jetzt hier ein bisschen zu umfangreich. Wird wahrscheinlich eh schon sehr umfangreich werden. So, als nächstes ist das Crop-Tool. Das Zuschneider- oder Freistellungswerkzeug nennt sich das. Damit kann ich ein Bild zuschneiden. Jetzt kann ich hier angeben, ob die außen liegenden Pixel gelöscht werden sollen. Das heißt, wenn ich das jetzt kleiner mache und bestätige das, dann ist das Bild auch wirklich kleiner, was es ja auch sein soll. Ich mache das nochmal rückgängig. Wenn ich den Haken nicht setze, kann ich hier das Bild trotzdem kleiner machen, kann jederzeit aber wieder reinklicken und könnte es doch wieder ein Stückchen größer machen. Auch wenn ich es bestätigt habe, kann ich auch dann später nochmal reingehen und kann dann immer nochmal größer machen. Habe ich diesen Haken gesetzt, dann ist das wirklich weg, weil wenn ich reingehe, will ich es größer machen, dann ist da nichts mehr. Also das ist der größte Unterschied dabei. Das sollte man so ein bisschen im Kopf haben. Als nächstes haben wir hier die Pipette. Die Pipette, damit kann ich eine Farbe aufnehmen. Kann ich einen genauen Farbton finden. Der ist manchmal ganz wichtig. Wird hier unten dann angezeigt bei der Vordergrund- und Hintergrundfarbe. Die kann ich übrigens mit diesem kleinen Pfeil, wenn ich da draufklicke, kann ich die Vordergrund- und Hintergrundfarbe ändern. So, als nächstes haben wir hier die Bereichsreparaturwerkzeuge. Davon gibt es mehrere. Ich persönlich nutze eigentlich nur eins. Das ist hier der Bereich Pinsel. Damit kann ich Dinge in einem Bild entfernen. Also nehmen wir mal an, das wäre jetzt eine Haut von einem Menschen. Und hier dieses Grüne, das ist jetzt mal ein Pickel. Und dann kann ich mit der gedrückten Alt-Taste kann ich einen Bereich aufnehmen, den ich da drüber kopieren möchte. Also hier, dann lasse ich die Alt-Taste los. Und dann kann ich hier drüber kopieren. Und Photoshop ändert automatisch Helligkeit und Farbe an, dass das zu kopierende Objekt möglichst sich gut in das Ganze einfügt. Also man sieht dann nachher auch am besten gar nichts mehr. Funktioniert zum Beispiel hier auch mit diesem Salzkorn. Wie gesagt, fahre ich hier einfach drüber und schon, zack, ist das weg. Nachdreckig weiß man nicht mehr, wo das war. Das Schöne ist an diesem Werkzeug, an dem Reparaturpinsel, den kann ich auch nutzen auf einer neuen Ebene. Da gehe ich hier unten auf das Ebenensymbol rechts, mache eine neue Ebene, muss nur gucken, dass aufgenommen wird, aktuell und darunter. Und dann kann ich auch hier die Salzkörner oder was auch immer, kann ich hier weg machen. Ich kann die Härte härter machen oder auch weicher. Ich persönlich habe die meistens härter, dann ist das Ergebnis etwas besser. Und das Schöne ist, das ist auf einer extra Ebene, wie man hier sieht. Man kann das nachträglich dann noch verändern, wenn man das möchte. Ganz, ganz feines Werkzeug. Ganz kurz vielleicht der Bereichsreparaturpinsel, der funktioniert im Grunde ähnlich, nur dass ich nicht selber auswähle, von wo die Struktur genommen wird, sondern dass Photoshop das macht. Sprich, ich fahre hier drüber und Photoshop berechnet automatisch, was da hin soll. Das ist für ganz schnelle Korrekturen und für kleine Korrekturen ist das super. Also wenn ich jetzt hier rangehe und sage, hier, den Teil hier, der stört mich, dann fahre ich hier einfach schnell drüber. Zack, Photoshop macht das weg. Damit kann ich sehr schnell und auch im Grunde ganz, ganz gut Dinge entfernen, die mich stören. Auch dieses Werkzeug funktioniert auf einer neuen Ebene. Auch hier muss ich mir keine Gedanken machen und kann später das wieder reinmachen. Da aber bei diesem Werkzeug mir persönlich zu viele, ja, zu viel von Photoshop geleitet wird, mag ich lieber selber entscheiden, von wo ich meine Struktur nehme. Deswegen nutze ich hauptsächlich das Reparaturpinselwerkzeug. Das Ausbessernwerkzeug habe ich früher ganz häufig genutzt. Und zwar, das funktioniert genauso. Damit mache ich nur einen umgekehrten Fall. Sprich, ich wähle nicht aus, was in Ordnung ist und kopiere das über die schlechte Stelle, sondern ich nehme die schlechte Stelle, muss dafür aber immer auf der Original-Ebene sein, umfahre diese und wähle dann, wohin kopiert wird. Dann macht Photoshop auch so einen Übergang, der möglichst passend ist. In dem Fall müsste man vielleicht gucken, dass man hier diesen schwarzen, diesen dunklen Strich ein bisschen mitnimmt, damit Photoshop das machen kann. Aber das Ergebnis ist in dem Fall jetzt zum Beispiel nicht ganz so gut funktioniert. Aber je nachdem, von wo ich eine Struktur nehme. Das ist bei dem Fleisch auch wirklich sehr schwierig, muss ich zugeben. Funktioniert das trotzdem auch sehr gut. Vielleicht mache ich das einfach mal hier mit diesem Salzkorn. Nehme das von hier, mache das drüber und im Grunde sieht man, dass es auch nicht mehr, wo das genau war. Also das macht seinen Job auch ganz gut. Habe ich früher sehr gerne benutzt, mittlerweile benutze ich das gar nicht mehr. Das nächste Werkzeug ist der Pinsel. Das ist das Werkzeug, was ich am meisten nutze, was am meisten genutzt wird. Das ist einfach nur der Pinsel. Hier neben habe ich noch die Pinseleigenschaften. Da habe ich Pinselvorgaben und hier drunter die Pinseleigenschaften. Da kann ich ganz viele Sachen einstellen. Pinsel kann man auf der Original-Ebene oder auf der neuen Ebene nutzen. Und immer hier die Vordergrundfarbe wird genutzt. Da oben kann ich den Deckkraft und Fluss einstellen. Und dann kann ich hier einfach draufmalen. Ich habe hier so einen Stift, deswegen kann ich hier auch einfach so schön malen. Mit einer Maus geht das natürlich nicht ganz so gut. Aber der Pinsel lässt sich genauso mit einer Maus entsprechend benutzen. So, ich denke mal, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Zeit es schon rum ist. Aber ich würde hier einen Cut machen und würde im nächsten Video dann die weiteren Werkzeuge erklären oder einige weitere Werkzeuge, dass es einfach nicht zu viel auf einmal wird. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Lernen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Liked und kommentiert und wie auch immer. Wenn ihr Fragen habt oder so wie gehabt, einfach unter das Video einen Kommentar schreiben oder mir eine E-Mail schenken bzw. senden. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.